Bitte geben Sie Ihre Koordinaten ein. 2960 Kilometer nach Südosten, 830 Jahre und 8 Monate in die Zukunft. Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Es ist wieder soweit, es ist Freitag. Wir sitzen wieder im Cockpit von unserem Raumzeitschiff. Wir, das sind Jan und Chris. Und wie in jeder Woche haben wir Raum und Zeit bereist und wieder eine spannende Geschichte eingesammelt. Und da ich heute anmoderiere, weiß der geneigte Hörer schon, es ist dann der Zeit, Jan zu lauschen. Und das machen wir jetzt ganz einfach. Genau, du hast das eben schon an den Koordinaten gehört. Letztes Mal waren wir ja am Jadebusen. Wir gehen 2960 Kilometer nach Südosten. Also du weißt schon definitiv zwei Orte, wo wir nicht sind, wo wir uns sonst aber gerne aufhalten. Denn wir sind wieder mal weder in den USA noch in London. Und diesmal spielen die USA und London auch tatsächlich überhaupt gar keine Rolle für die Geschichte. Aber bevor ich in die heutige Geschichte starte, möchte ich als erstes einen kleinen Exkurs einschieben. Weil im Zuge der Recherchen für die heutige Folge habe ich mich immer wieder einen ganz bestimmten Ausspruch erinnert, der zwar vor sehr, sehr langer Zeit von einem Menschen ausgesprochen wurde, aber der trotzdem eine wirklich immerwährende Relevanz hat. Bevor wir also aus dem Fenster gucken, wo wir eigentlich gerade sind, springen wir erstmal ins antike Griechenland. So ungefähr 400 vor Christus. Und dort treffen wir einen ganz, ganz außergewöhnlichen Mann und Denker, nämlich den Philosophen Sokrates. Sokrates war schon echt ein verdammt schlauer Mann, aber eine Sarah hat er ja nicht getan, nämlich Dinge aufschreiben, die er sich so ausgedacht hat. Und dementsprechend das, was wir heute über ihn wissen, stammt zu den größten Teilen von seinen Schülern Platon und Xenophon. Und Platon schrieb folgende Geschichte auf. Ein Freund von Sokrates mit dem Namen Chareiphon, der reiste zum Orakel von Delphi und fragte das Orakel von Delphi, ob es denn einen Mann gäbe, der weiser sei als Sokrates. Die Pythia, also die weissagende Priesterin im Tempel von Delphi, antwortete mit, nee, gibt's nicht. Sokrates wiederum hat davon gehört und war eigentlich ziemlich verwundert, dass er eigentlich der weiseste von allen sein sollte. Und er begann, als weise und gelehrt geltende Männer aufzusuchen, um herauszufinden, was es denn mit deren Wissen im Vergleich zu seinem eigenen auf sich hatte. Und dabei musste er feststellen, dass er trotz seines aus eigener Sicht bescheidenen Wissens eine Sache wusste, die all diesen klugen Männern scheinbar nicht klar war. Darum hier mal direkt ein kleiner Auszug aus der Apologie des Sokrates von Platon. Beim Weggehen aber sagte ich zu mir, verglichen mit diesem Menschen bin ich doch weiser. Wahrscheinlich weiß ja keiner von uns beiden etwas Rechtes, aber dieser glaubt etwas zu wissen, obwohl er es nicht weiß. Ich dagegen weiß zwar auch nichts, glaube aber auch nicht etwas zu wissen. Um diesen kleinen Unterschied bin ich also offenbar weiser, dass ich eben das, was ich nicht weiß, auch nicht zu wissen glaube. Von da ging ich zu einem anderen, den man für noch weiser hielt als jenen. Dort bekam ich genau denselben Eindruck und machte mich auch bei diesem dann und noch bei vielen anderen unbeliebt. Daraufhin fuhr ich nun der Reihe nach fort und merkte dabei mit Betrübtes und Erschrecken, dass ich mir immer mehr Feinde machte. Dennoch schien es mir nötig, dem Götterspruch größtes Gewicht beizulegen. Darum musste ich zu all denen gehen, die etwas zu wissen schienen, um zu sehen, was das Orakel meinte. Von Sokrates und auch über diese Geschichte kennen wir heute den Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß. Absolut exakt. Und wenn man da mal ein bisschen länger drüber nachdenkt, dann wird einem auch klar, wie unglaublich intelligent der Ausspruch ist, zu sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Denn in diesem Satz steckt eine unglaubliche Offenheit gegenüber neuem Wissen. Und das ist für unsere Wissenschaft, heute wie auch damals und egal für welche Fachrichtung, absolut entscheidend. Es kommt immer wieder zu Situationen, in denen Menschen hinnehmen müssen, dass das, was sie zu wissen glauben, durch neue Erkenntnisse widerlegt wird. Und neue Erkenntnisse haben auch Menschen mehr als einmal in der Geschichte das Leben gekostet. Denken wir einfach mal an Galileo Galilei. Die Tatsache, dass Erkenntnisse das allgemein bekannte Wissen verändern können, ist auch Teil der heutigen Geschichte. Und da starte ich jetzt auch mal langsam rein. Wenn wir jetzt aus dem Fenster schauen, dann erkennst du sicher sofort, dass wir mal an einem Ort angekommen sind, den wir bisher bei den Wissensreisenden noch gar nicht besucht haben. Brochterbeck. Nee, aber fast. Wir sind nämlich in der Türkei. Und um es noch genauer zu sagen, befinden wir uns in Südostanatolien, am Berg Göbekli Tepe. Göbekli Tepe steht für Bauchiger Hügel. Und der Hügel befindet sich ungefähr 15 Kilometer nordöstlich der Stadt San Leorfa. Es ist der Oktober 1994. Und wir können da draußen einen deutschen Archäologen beobachten, mit einem unfassbar außergewöhnlichen Namen. Der Mann heißt nämlich Klaus Schmidt. Und der guckt sich den Hügel und die Umgebung mal ein bisschen genauer an. Bereits 1963 wurde der Hügel als steinzeitliche Fundstelle identifiziert, allerdings nahm man seinerzeit an, dass sich dort ein muslimischer Friedhof befindet. Und darum hat man nicht weiter intensiv geforscht, da an den Stellen von muslimischen Friedhöfen einfach auch meistens keine Ausgrabungen stattfinden dürfen. Das wird halt schlichtweg nicht gestattet. Klaus Schmidt aber, der findet am Fuß des Hügels etwas, das seine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Dort findet er nämlich einen großen, mehrere Meter langen Felsblock, der scheinbar aus dem Fels geschlagen wurde und der den Teepfeilern ähnelt, die in einer anderen steinzeitlichen Siedlung gefunden wurden. Und es kommt außerdem heraus, dass sich da kein muslimischer Friedhof auf oder unter dem Hügel befindet. Und so wird eine Ausgrabung gestartet, also ein Langzeitprojekt. Wahrscheinlich ahnt Schmidt zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass er a. hier den Fund seines Lebens machen wird und er ahnt auch nicht, dass hier was unter der Erde liegt, dass unser Wissen oder das, was wir zu wissen glauben, vielleicht ein Stück weit über den Haufen werfen könnte. Und er ahnt wahrscheinlich auch nicht, dass dieser Ausgrabungsort bis zu seinem Tod im Jahr 2014 sein Arbeitsplatz werden wird. Nun ja, 1995 startet die offizielle Ausgrabung am Göbekli Tepe und im Laufe der folgenden Jahre werden dort mehrere Anlagen freigelegt, die jeweils von der Art her gleich angelegt sind und das, was er da findet, übertrifft halt wirklich Schmidts kühnste Erwartungen. Ich versuche jetzt mal, diese Anlagen zu beschreiben, allerdings empfehle ich allen da draußen, schaut euch mal eine Dokumentation darüber an, gebt einfach nur irgendwo im Internet Göbekli Tepe ein, ihr werdet Massen finden, denn sich das Ganze, selbst wenn es nur auf einem Bildschirm ist anzuschauen, macht das Ganze einfach noch beeindruckender. Also, die Menschen, die diese Anlagen gebaut haben, haben erstmal eine runde Mauer mit einem Durchmesser von bis zu 30 Metern errichtet, also zwischen 10 und 30 Meter. In regelmäßigen Abständen in dieser Mauer stehen teils mehrere Meter hohe Monolithe in T-Form, wobei, ja, man muss sich jetzt kein perfektes großes T vorstellen, sondern der T-Strich oben ist dabei kürzer und auch höher als bei einem normalen T, wie wir es vom Bildschirm her oder aus Büchern kennen. Die oberen T-Striche ragen dabei in den Kreis rein, also die laufen nicht parallel zu der Mauer, sondern die ragen in oder zeigen in die Mitte. Und in der Mitte dieses Kreises finden sich zwei Podeste oder Sockel, die man direkt in den felsigen Untergrund geschlagen hat. Und in der Mitte dieser Sockel sind Aussparungen. Und in diesen Aussparungen wiederum stehen ebenfalls T-Pfeiler mit einer Höhe von teils über 5 Metern und 20 Tonnen Gewicht. Die Pfeiler sind ziemlich schmal und standen frei. Und zwar halt eben nur in diesen Aussparungen in den Sockeln. Es gab vermutlich außer eben dieser Aussparung keine weiteren Halterungen oder Sicherungen für diese tonnenschweren Monolithe. Die Pfeiler sind reich mit Reliefs verziert. Die zentralen Pfeiler haben Reliefs, also zum Beispiel Arme und Hände, die die Annahme zulassen, dass es sich um menschliche Darstellungen handeln soll. Allerdings hat keiner dieser Monolithen ein Gesicht auf dem oberen Teil des T-Pfeilers. Die senkrechten Teile des T-Pfeilers sind zusätzlich zu zum Beispiel den Armen und den Händen oder auch Kleidungsstücken reich mit Tieren in Reliefform verziert. Und dabei gibt es auch Hochreliefe, also wirklich Tiere, die stehen 20 Zentimeter aus diesem Stein raus, sind aber aus dem gleichen Felsblock gehauen worden. Diese Pfeiler zeigen schon echt hohes Maß an Kunstfertigkeit und auch an Ingenieurskunst, wenn man bedenkt, dass sie ja eben so korrekt von den Winkeln her gearbeitet sein mussten, dass der Monolith auch nicht umfällt. Denn so ein 20 Tonnen schwerer, 5 Meter hoher Stein, wenn du den nicht richtig sicherst, der fällt an sich relativ schnell. Der ist nämlich ganz schön schwer. Vier solcher Anlagen wurden bereits freigelegt, wobei die Archäologen schon was sehr Seltsames festgestellt haben. Denn die Anlagen sind nicht einfach durch Erosion bis heute bedeckt worden, die wurden zugeschüttet. Das heißt, eine Anlage wurde gebaut, genutzt, zugeschüttet und dann hat man mit dem Bau der nächsten Anlage begonnen. Durch Untersuchungen mit Bodenradar hat man dann schnell festgestellt, dass es neben den vier bereits großteilig ausgegrabenen Anlagen noch mindestens 16 weitere mit wahrscheinlich bis zu 200 solcher Pfeiler gibt. Eine weitere Seltsamkeit an der Sache ist, dass die Anlagen mit der Zeit nicht prächtiger und größer geworden sind, sondern es gibt den ganz umgekehrten Effekt. Die jüngsten Anlagen sind die kleinsten und zeugen eigentlich vom geringsten Ingenieurswissen beziehungsweise auch der geringsten Kunstfertigkeit. Bevor ich jetzt noch weiter von den Ausgrabungen und auch der ein oder anderen Theorie spreche, die Wissenschaftler zu Göbekli Tepe haben, muss ich aber jetzt noch mal einen kleinen Exkurs machen, um auch den Bogen zu der Geschichte von Sokrates zu schlagen. Denn wir wissen ja, dass wir nichts wissen. Und darum machen wir jetzt, glaube ich, den größten Zeitsprung, den wir bisher in der Geschichte der Wissensreisenden gemacht haben. Ich hoffe, dass das Schiff das aushält. Denn wir springen jetzt mal eben zurück, weit zurück. Und zwar so, ja, ich sag mal, quer über den Daumen ins 10. Jahrtausend vor Christus. Okay. Also weit. Es ist so, wie gesagt, immer noch Pi mal Daumen, weil wenn es so weit zurückgeht, dann gibt es halt auch keinen, das war am 25. oder 26. September. Ich weiß auch nicht, ob es ein Montag oder Dienstag war. Aber wir befinden uns jetzt ungefähr im Ende der letzten Kaltzeit auf der Erde. Von heute aus gesehen hat die vor 115.000 Jahren begonnen. Und natürlich ist das Ende dieser Kaltzeit ein super langsamer Prozess. Es war natürlich nicht von einem auf den anderen Tag plötzlich warm, sondern das Ende dieser Kaltzeit vollzog sich wahrscheinlich auch über mehrere tausend Jahre. Zu diesem Zeitpunkt sind die Menschen Jäger und Sammler und Nomaden. Man kann das, glaube ich, am allerersten vergleichen wie mit Gruppen von Tieren. Denn die Menschen folgten den Jahreszeiten und damit den Möglichkeiten, ihr Essen entweder zu sammeln oder halt zu jagen. Eben Jäger und Sammler. Und an diesem Punkt der Menschheitsgeschichte, nach dem Ende dieser letzten langen Kaltperiode, kommt es zur sogenannten Neolithischen Revolution. Denn zu dieser Zeit erlernten die Menschen dann den Ackerbau. Die Landwirtschaft war der erforderliche Schritt, damit sich immer größer werdende Siedlungen bilden konnten, da die Nahrung in größerer Menge hergestellt werden konnte, als sie so ad hoc benötigt wurde. Und es macht dann natürlich auch Sinn, diese Nahrung in einer möglicherweise wachsenden Gesellschaft zu lagern und gemeinsam zu verbrauchen. In diesen Siedlungen entstanden dann auch die ersten Religionen. Und gar nicht so lange danach, zumindest aus der Geschichte der Menschheit gesehen, nicht lange danach, das waren schon viele, viele Jahre, wahrscheinlich auch wieder Jahrtausende, ging es dann natürlich auch los, Tempel- oder Kultstätten. Großer, großer, großer Art zu bauen. Wir haben ja vorhin schon gehört, es sind Monolithe und es ist kreisförmig. Und ich glaube, wenn ich kreisförmige Anordnungen und Monolithe sage, dann denkst du auch als allererstes an das, was halt viele denken, nämlich... Stonehenge. Ganz, ganz genau. Und das zeigt ja auch, Stonehenge zum Beispiel ist ja ein Beispiel dafür, dass Menschen schon recht früh auch wirklich massive Bauprojekte auf sich genommen haben, um ihren Kulten zu folgen. Stonehenge wurde ja schon so circa im vierten Jahrtausend vor Christus erbaut. Die ersten größeren Zivilisationen, die dann auftauchen, die finden wir zum Beispiel in Mesopotamien oder im Reich der Sumer, von denen bis heute diverse Spuren auch zurückgeblieben sind. Und die zeigen das Reich der Sumer als eine der ältesten Hochkulturen der Menschheit. Also nimmt man folgende Reihenfolge der Entwicklungsstufen an. Es startet mit der Entwicklung der Landwirtschaft. Dadurch werden die Menschen sesshaft und gründen feste Siedlungen. Es entwickelt sich Religion. Es beginnt die Erbauung ausgeprägter und wirklich monumentaler Kultstätten für diese Religionen oder Kulte. Und später entwickeln sich dann auch Städte. Alles, was wir so bisher auf der Welt gefunden haben, unterstützt die Theorie der Abfolge der Neolithischen Revolution, wie ich sie gerade dargelegt habe. Aber jetzt wirft Göbekli Tepe da ein nicht ganz unwesentliches Problem auf. Denn ich habe bisher ganz bewusst nicht erwähnt, wie alt diese Städte sind. Und mit die größten und am kunstfertigsten geschmückten Anlagen in Göbekli Tepe kommen ebenfalls aus dem 10. Jahrtausend vor Christus. Also einer Zeit, von der wir heute eigentlich sagen, Menschen waren immer noch Jäger und Sammler. Sie haben keinen Ackerbau betrieben und keine Tiere domestiziert und so weiter. Jetzt könnte man natürlich ganz einfach sagen, tja, das ist dann der Beweis dafür, dass die Neolithische Revolution mit dem Erlernen der Landwirtschaft vielleicht einfach schon 3000 Jahre früher angefangen hat, als wir vermutet haben. Könnte ja theoretisch sein. Weil dann würde ja alles wieder passen. Muss es einfach nur 3000 Jahre nach vorne ziehen und Daumen hoch, dann passt das. Aber nachdem man diese monumentalen Bauten dort gefunden hat, hat man natürlich auch die Umgebung intensiv untersucht. Und man hat da zwar Hinweise auf kleine steinzeitliche Siedlungen gefunden, aber keinerlei Hinweise auf Landwirtschaft. Man hat dort sehr, sehr viele Tierknochen gefunden, die offensichtlich mit den damals verfügbaren Werkzeugen zerteilt wurden. Und man kann davon ausgehen, ja, die sind wahrscheinlich einfach gegessen worden. Aber diese Tiere wurden, frag mich jetzt bloß nicht anhand welcher Informationen, aber die wurden als Wildtiere identifiziert und nicht als domestizierte Tiere. Zeitgleich wissen wir aber auch, mit so einer kleinen nomadischen Gruppe von vielleicht 20, 25 Leuten ist es faktisch unmöglich, so etwas zu bauen. Egal wie lange du dir Zeit nimmst, wenn du etwas hast, das 20 Tonnen wiegt und du sollst das in den Hügel raufziehen und du hast 20 Leute, wird das nicht funktionieren. Du brauchst auf jeden Fall viel mehr Menschen. Und das heißt, dass man möglicherweise die angenommene Reihenfolge für die Entwicklung in der Neolithischen Revolution vielleicht ändern muss. Nämlich, dass es potenziell eher so aussah. Sesshaftigkeit und erste feste Siedlung noch vor der Landwirtschaft. Dann bereits die Entwicklung der Religion und die Erbauung ausgeprägter und imposanter Kultstätten für diese Religion. Und erst dann kommt die Landwirtschaft und erst dann kommt die Entwicklung von Städten. Das klingt jetzt erstmal nicht so wichtig. Und ich glaube, wenn man kein Historiker ist, der sich damit intensiv beschäftigt, dann kann man relativ schnell denken, okay, dann war die Reihenfolge halt anders. Aber die Welt der Archäologen und Historiker der Steinzeit hat diese Entdeckung schon echt in Aufruhr versetzt, weil das nicht in ihr Bild passte, über das sie sich eigentlich großteilig einig waren. Ja. Und dementsprechend, es gibt unglaublich viele Fragen, die sich Wissenschaftler zu Göbekli Tepe stellen, zu denen es auch ganz, ganz interessante Theorien gibt, wo man also viele Dokumentationen drüber sehen kann. Vieles davon klingt auch sehr, sehr plausibel. Zum Beispiel um die Frage, warum wurden denn diese Bauwerke oder diese Anlagen kleiner und warum wirkt das so, als hätten die Menschen dieses Handwerk verlernt. Und naja, wenn man sich jetzt einfach die Entwicklung vorstellt, du hast Siedlungen und du bist aber vielleicht sesshaft geworden. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die erste Sesshaftigkeit dann einfach durch das Ende der Kaltzeit gekommen ist, weil die Menschen halt nicht mehr rumwandern mussten, weil sie einfach an dem Ort, wo sie waren, erstmal genug zu essen gefunden haben. Sammeln und jagen konnten, ja. Genau. Und dann ziehst du ja auch nicht los und läufst Kilometer über Kilometer, wenn da, wo du gerade bist, alles da ist, was du zum Überleben brauchst. Ganz interessant dabei ist, heute hat man ja eine Kirche in jedem Dorf und man hat in späteren steinzeitlichen Siedlungen tatsächlich so eine Art Tempel oder eine Art Gotteshaus, würde man es wahrscheinlich eher nennen, gefunden, was zwar klein war, aber effektiv dem entsprach, nämlich die zwei Pfeiler in der Mitte, die runde Mauer außenrum und auch die Pfeiler in der Mauer, sodass man davon ausgehen kann, okay, zu Anfang haben sich sehr viele Gruppen von Jägern und Sammlern zusammengeschlossen und haben das gebaut und als die dann alle immer sesshafter wurden, haben die irgendwann gesagt, boah, ist ja auch bequem, wir müssen ja jetzt nicht mehr rumlaufen, aber warum soll ich eigentlich noch in regelmäßigen Abständen zu diesem Ort pilgern? Ich baue den einfach bei mir, sodass vielleicht einfach die Möglichkeit besteht, dass du einfach sagst, okay, es sind immer weniger Leute gewesen und einfach der Ort hat an Wichtigkeit verloren und während du zu Anfang noch die Besten der Besten, was Steinmetzwissen damals anging, hast du wirklich das Nontus-Ultra der Steinzeit da gehabt und später haben die sich halt nicht alle dort versammelt, sodass es eigentlich sogar logisch erscheint. Es gibt sogar Vermutungen, weil am Rand des Gebietes, wo man diese sehr präzise gebauten Anlagen findet, hat man im Bodenradar auch noch andere interessante Unregelmäßigkeiten festgestellt und es wird momentan vermutet, dass es dort auch Kultstätten gab, die halt mit weniger Wissen gebaut wurden, aber die möglicherweise sogar noch älter sind, die also wirklich schon die Vermutung zulassen, dass so etwas wie Religion oder zumindest irgendein Kult, dem man gemeinsam gefolgt ist, sehr, sehr, sehr früh Teil der Menschheitsgeschichte war. Dann hat man sich natürlich auch gefragt, okay, ich habe jetzt dieses monumentale Bauwerk errichtet. Warum schütte ich das zu? Statt diesen Ort weiter als Kultstätte zu benutzen. Und auch das ist, finde ich, ganz interessant, weil das, was ich so an Theorien dazu gehört habe, was ich wirklich sehr plausibel fand, war, einerseits hast du eine Kultstätte, wo vielleicht mehrere Gruppen von Jägern und Sammlern hingehen, aber vielleicht einmal pro Generation oder einmal alle x Jahre, das gemeinsam zu bauen, diese gemeinsame Anstrengung. Teambuilding. Ja, eigentlich ist die perfekte Aussage. Eigentlich könnte das potenziell wirklich die älteste Teambuilding-Maßnahme der kompletten Menschheit sein. Dass sie sich immer wieder dort zusammengefunden haben und gesagt haben, wir schütten das alte jetzt zu, wir bauen das jetzt noch, auch wenn es dann vielleicht weniger prächtig ist oder kleiner. Trotzdem machen wir das und wir machen das zusammen. Und gerade dieses Zusammenschweißen von mehreren Kleingruppen, das ist natürlich wirklich was, ja, dadurch entwickelst du dann eine Kultur und du entwickelst vielleicht auch einfach Vertrauen zu den anderen Gruppen, die ein Zusammenleben ermöglichen. Die ermöglichen, dass du deine Vorräte teilst, weil du das Gefühl hast, ich kann dem vertrauen, der hat mit mir zusammen den Tempel gebaut. Wir haben Steine geschleppt und Steine gehauen. Wenn man sich das nochmal überlegt, wir reden hier von einer Zeit von 10.000 vor Christus und wir reden von Monolithen, gerade in den sehr alten Ausgrabungsstätten. Diese zentralen Pfeiler, die müssen wirklich so gut poliert gewesen sein, mit dem Werkzeug, was es vor heute 12.000 Jahren dort zur Verfügung gab, dass sie wirklich in der Sonne ein Stück weit geleuchtet haben und sich wirklich von dem Umfeld und dem, was du sonst sehen konntest, komplett abgehoben haben. Also es wird ein wahnsinniger Effekt gewesen sein, wenn du da als Steinzeitmensch hingekommen bist und dann stand da dieses für dich absolut monumentale Bauwerk. Also das kann ich mir schon vorstellen. Das ist genauso, wie wenn wir heute vor den Pyramiden stehen, dass du einfach nur unfassbar beeindruckt davon bist und vielleicht auch erst mal die Augen da nicht von nehmen kannst. Außerdem, ganz ehrlich, die Gruppe oder auch selbst, wenn sich mehrere dazu zusammengeschlossen haben, wenn ich da noch nicht dabei war, dann weiß ich eins, irgendwo müssen die eine gewisse Stärke in ihrem Zusammenhang haben und vielleicht möchte ich da gerne mitmachen. Vielleicht würde ich gerne auch beim nächsten Tempelbau dabei sein und Steine schleppen. Die Werkzeuge, die sie hatten, dazu habe ich in einer ganz interessanten Doku was gesehen, was ich wirklich spannend fand, wo sich nämlich Leute hingesetzt haben und gesagt haben, wir versuchen jetzt mal aus den Steinen, die es am Fuße dieses Hügels gibt, versuchen wir mal mit dem, was sie damals hatten, einen Stein rauszukloppen und haben sich halt mit drei, vier Mann hingesetzt und haben, keine Ahnung, mehrere Stunden versucht, eine Kerbe da reinzuschlagen und haben halt sage und schreibe anderthalb Zentimeter geschafft. Das heißt, da haben wirklich Menschen mit, ja, Werkzeugen aus Stein, das heißt, du haust zwei Steine gegeneinander, der eine davon hat auf einmal eine scharfe Kante und dann klopfst du auf einen anderen Stein ein und das machst du wahrscheinlich nicht nur Stunden, das machst du Wochen für eine einzelne Säule. Ja. Die Säule, die Klaus Schmidt übrigens entdeckt hat, wie ihn auch so seine Aufmerksamkeit auf ihn gezogen hat, das ist eigentlich was, das tut einem richtig in der Seele weh. Die ist nämlich zerbrochen. Und wenn man sich das vorstellt, das ist auch ganz schön bitter, weil du klopfst da so ein fünf Meter hohes Ding von 20 Tonnen aus dem Stein, du willst es an deine Kultstätte transportieren, du hast wahrscheinlich Monate da dran gesessen und dann geht das halt kaputt. Richtig, richtig bitter. Eine Theorie, die ich gehört habe, die ich unfassbar interessant fand, bezieht sich auf die Tatsache, dass du Menschendarstellungen hast, keine Gesichter, was schon laut Historikern ein Stück weit darauf hindeutet, dass es vielleicht wirklich eine Art göttliche Erscheinung sein soll, aber die Tierzeichen, die Reliefs von den Tieren befinden sich immer nur auf dem unteren Teil, niemals auf dem oberen T und dieser obere T-Strich soll ja wahrscheinlich dann so ein bisschen den Kopf darstellen. Und es wurde dann zum Beispiel vermutet, dass das das erste Bildnis davon ist, dass Menschen sich als über den Tieren stehend gesehen haben. Und das ist eigentlich schon ein wahnsinnig spannender Satz, denn so in den Höhlenmalereien, da hast du im Endeffekt Mensch und Tier auf einer Ebene gesehen. Alles, allem wohnte ein Geist inne und es war, Menschen und Tiere waren halt einfach zusammenlebende Kreaturen und das könnte möglicherweise das erste Mal ein Zeichen dafür gewesen sein, dass der Mensch gesagt hat, nein, wir stehen über den Tieren und setzen uns auch von diesen Tieren ab. Also ein wirklich wahnsinnig spannender Ausgrabungsort und ich glaube, da wird man auch, man hat bis jetzt, glaube ich, noch unter 5% dieses Geländes freigelegt und es ist auch gar nicht geplant, alles auszugraben, weil einerseits denkt man ja, okay, dann gräbst du was aus, aber archäologisch etwas ausgraben bedeutet halt nun mal was ganz anderes, denn die haben diese kleinen Bereiche, wenn man das Gesamtareal betrachtet, was seit den 90ern ausgegraben, das Projekt läuft heute noch, weil du ja Schicht für Schicht, Zentimeter für Zentimeter mit dem Pinsel irgendwas weg machst und dokumentierst und du wirklich jede Kleinigkeit dokumentierst, jeden gefundenen Knochen, jeden gefundenen Stein, der vielleicht mal ein Teil eines Werkzeuges gewesen sein könnte und es ist wirklich, wirklich spannend, was uns das Ganze noch an Dingen über uns selber sagen wird und über unsere eigene Frühgeschichte und allein aus dem Grund fand ich diese Ausgrabungsstätte so unglaublich spannend, weil das, was ich eben von der Neolithischen Revolution gesagt habe, das ist das, was wir im Geschichtsunterricht gelernt haben, wo es ganz klar war, das war so. Ja, das finde ich generell recht spannend, wenn du so überhaupt mal durch die ganzen Schuljahre so unserer Generation guckst, was dann Geschichte vermittelt worden ist, wie viel davon schon wieder weiterentwickelt worden ist. Ja. Ja, Geschichte ist wirklich nicht das zwingenderweise, was du jetzt als Geschichte wahrnimmst, sondern es ist auch ein Prozess und natürlich wird die Technik immer besser, natürlich werden Schlussfolgerungen besser, natürlich gibt es neue Ausgrabungen, neue Beweise für Geschichte, aber Geschichte ist niemals so fest, wie man das so eigentlich als Kind irgendwann erlernt. Ja. Und deswegen sollte man echt immer Kopf, Augen und Ohren offen halten und gucken, was es so neu ist, es gibt da neuen Erkenntnissen. Absolut. Denn ich bin mir ganz sicher, dass die Welt noch sehr, sehr viel Spannendes für uns vergraben hält. Ja, also ich glaube, es gibt noch fürchterlich viele Geheimnisse, die irgendwo vergraben liegen und wir wissen es einfach nur nicht, dass die da liegen. Und die würden potenziell wirklich unser Weltbild komplett verändern. Ja. Man muss natürlich auch da sagen, selbstverständlich gibt es auch da dann so ein bisschen die Schwurbler, ja, die halt sagen, ja, die ältesten Anlagen, die sind halt so wunderschön, weil die Aliens noch da waren und später wurde das halt weniger, weil die Aliens waren nicht mehr zur Unterstützung da, um das später zu bauen. Finde ich, klingt jetzt ein bisschen weit hergeholt, tatsächlich, aber, nun gut, man weiß es nicht, ob vielleicht sogar doch irgendwann rauskommt, dass es die Aliens waren. Das ist nicht wirklich klar. Ich würde mein Geld nicht auf diese Karte setzen. Also ich würde mein Geld da auch nicht drauf wetten. Eine Sache, die die Wissenschaftler schon, was Göbekli Tepe angeht, wohl schon sehr vereint, ist, dass sie sagen, im Endeffekt, der Schlüssel zu dem, wir haben es nur noch nicht verstanden, aber der Schlüssel steckt wahrscheinlich in diesen Reliefs, weil diese Reliefs wahrscheinlich in irgendeiner Form, so wie ägyptische Hieroglyphen, eine Geschichte erzählen. Und wir verstehen diese Geschichte nicht, weil wir verstehen die Sprache nicht, aber trotzdem wird sie da drin stehen. Was ich auch sehr beeindruckend fand, also ich schmeiße jetzt einfach noch so ein paar Fakten in die Runde. Ich empfehle wirklich jedem nochmal, schaut euch ein bisschen was dazu an. Es ist unglaublich faszinierend. Was ich auch sehr, sehr spannend fand, ist der Ort, wo sie diese Kultstätte gebaut haben. Weil das, was es nicht direkt in der Umgebung davon gibt, und das hat das Unterfangen mit Sicherheit nochmal um ein Vielfaches erschwert, Wasser? ist Frischwasser. Das nächste Frischwasser ist mehrere Kilometer entfernt. Das heißt, da war nicht einfach der Bach, wo man dann was trinken gehen konnte. Die mussten das dahin transportieren. Und das zeigt auch, dass trotz dieser kleinen Gruppen von Jägern und Sammlern, trotz der Tatsache, dass es keine Schrift gab, zu diesem Zeitpunkt, definitiv sind wir noch viele Jahrtausende von der Keilschrift entfernt, Menschen trotzdem es geschafft haben, sich zu organisieren in Gruppen. Und das finde ich, ist äußerst spannend. Denn dieses gemeinsame Ziel, es muss ja auch irgendjemand diese Idee gehabt haben, dieses Ding zu bauen. Richtig. Und dann mehrere Gruppen von Menschen zu vereinen mit dem gemeinsamen Ziel, wir tun das jetzt, mit dem Wissen, das wird uns viel Zeit und viel Kraft kosten. Sehr, sehr viel Kraft. Ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Auf jeden Fall hundertprozentig. Also ich hätte schon Lust, dabei hinzufahren, mir das anzuschauen. Aber ich sage es nochmal, selbst wenn man es einfach nur auf Bildern sieht, das ist schon beeindruckend, wenn du einen Menschen neben so einer 5-Meter-Säule stehen hast und du dann halt auch mal siehst, wie schmal die eigentlich sind. Weil das ist nicht so, als wären die einen Meter dick, sondern ich würde mal sagen, die sind vielleicht so was wie 30, 40 Zentimeter dick. Ja, vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber nichtsdestotrotz, denke ich mir dann auch einfach nur, alleine das Ding hinzustellen. Ich finde alleine schon das Ding überhaupt aus dem Fels gehauen zu bekommen. Ich finde ja schon so ägyptische Monolithen Wahnsinn, dass das möglich war. Die haben immerhin schon Kupferwerkzeuge gehabt, die zwei immer noch gegen Steinen fast nichts ausrichten können, aber du hast immerhin schon etwas anderes als einen anderen Stein. Ja. Ja, und wenn du dir dann überlegst, je dünner diese Konstruktion wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass es dir irgendwann auch kaputt geht. Mhm. Dass sich Risse bilden und so weiter. Und das ist Wahnsinn. Also auch da habe ich eine tolle Doku gesehen, wo einer mal so ein Relief abgemalt hat und einfach sich so ein Stück Sandstein genommen hat und gesagt hat, okay, ich habe hier jetzt diesen Stein, das ist ein potenzielles Werkzeug, außer Steinzeit mehr hatten die auch nicht und ich baue jetzt dieses Relief nach. Das hat er zwar geschafft und das ist auch ziemlich gut, aber auch da ist wieder der Zeitaufwand unglaublich, wenn man sich dann überlegt, du hast so einen riesen Pfeiler, den du komplett verzierst. Und du hast auch wirklich diese Hochreliefs. Genau. Das heißt, schon in dem Steinbruch weißt du, ey, ich muss hier, muss ich 20 Zentimeter noch stehen lassen, weil da soll irgendwann die Eidechse auf dem Stein sitzen. Mhm. Plus, auch das fand ich unheimlich beeindruckend, du hast dann Steine oder diese flachen Monolithe und die sind natürlich auch liegend aus dem Stein gehauen worden. Die du, dann musstest du irgendwann aus dem Stein raushebeln und dann die andere Seite bearbeiten und sowas. Das ist ein unglaubliches Unterfangen, so etwas zu tun, ohne wirklich das nötige Werkzeug. Und gerade, was du eben ansprachst, Ägypten, Pyramidenbau, es ist ja heute bekannt, dass es zum Beispiel, einen eigenen Berufszweig im Bau der Pyramiden gab, wo Leute nichts anderes gemacht haben, als Werkzeuge zu schleifen. Und zwar den ganzen Tag, die gesamte Zeit, während die Pyramiden gebaut wurden. Und die haben einfach nur wieder geschärfte Werkzeuge abgegeben, Stumpfe gekriegt, geschärfte Werkzeuge abgegeben, Abgestumpfte bekommen. Und das Ganze, Göbekli Tepe, halt nochmal eben schnell 6.000 Jahre vor Stonehenge. Einerseits, und das habe ich auch an einer Stelle, gehört, aber dazu hatte ich so meine eigene Theorie. Stonehenge sieht im Vergleich zu diesen Pfeilern so aus, als hätten die nichts gekonnt. Wirklich nichts gekonnt. Aber ich glaube, man darf den Unterschied nicht vergessen. Die haben diese Monolithe in der Türkei begraben. Die lagen 10.000 Jahre unter Erde. Und die Monolithe von Stonehenge waren, seitdem sie aufgestellt waren, konstant die gesamte Zeit immer der Witterung ausgesetzt. Und wir haben überhaupt gar keine Ahnung, und nicht mal eine wirkliche Vorstellung davon, wie es Stonehenge ausgesehen hat, als es gerade fertig war. Ja, zum einen das, und zum anderen auch nochmal, ich weiß nicht, wie jetzt bei Göbekli Tepe die Distanzen waren, wie halt die Steine halt da hingebracht werden mussten. Bei Stonehenge ist es ja noch so, dass die ja auch noch diese riesigen Blöcke unfassbar weit transportiert haben. Also es war nicht so weit, dass du hattest schon am Fuß des Hügels, weiter unten war der Steinbruch. Ja. Aber schon alleine das finde ich halt wieder beeindruckend, weil du hast 20 Tonnen. Die bewegst du nicht auf gerader Fläche. Nein, die ziehst du bergauf. Und dann stellst du die auf. Ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass mit Sicherheit bei dem Aufstellen auch solche Pfeiler zerbrochen sind und dann einfach wieder weggeschafft wurden. Ja, kommt drauf an, wie sie sie aufgestellt haben. Das ist auch noch so ein bisschen die Frage. Ja, aber wir wissen nicht unbedingt, wie sie sie aufgestellt haben. Wir wissen aber eine Sache dazu, wie sie sie aufgestellt haben. Es waren viele Leute dabei, weil ansonsten funktioniert es halt einfach nicht. Keine Maschinen, kein gar nichts da. Also das hat mich sehr, sehr fasziniert und darum musste ich die Geschichte von Göbekli Tepe mal eben schnell hier mit euch teilen und mitbringen. Ja, und dafür bedanke ich mich ganz herzlich auch im Namen unserer Zuhörer, weil es war wieder eine sehr coole Geschichte. Auch wieder sehr unerwartet. Wir sind jetzt von den großen Naturkatastrophen weggekommen und haben uns mal ein bisschen was angeguckt, was der Mensch so gemacht hat. Und ja, hat mich sehr gefreut. Sehr schönes Ding auf jeden Fall. Und weiter Zeitsprung. Wir waren weit in der Vergangenheit. Das zeigt nochmal, also wir umspannen Zeit und Raum in Gänze. Ja, und wir haben einen neuen Pin auf der Karte. Ja, das stimmt. Das stimmt. Sehr schön. Ja, wobei die Türkei oder etwas Türkisches begrifflich schon zweimal bei uns vorgekommen ist. Nämlich einmal beim Schachtürken. Und bei Getürkt. Ja, und beim Kümmeltürken. Ja. Weil das war ja auch die seltsamen Wortefolgen. Richtig, ganz genau. Wobei beides ja gar nicht so viel mit der Türkei zu tun hat. Das ist ja wieder das Lustige. Also diesmal waren wir aber echt in der Türkei. Und wenn man mal in Anatolien ist, also man kann das glaube ich auch besuchen. Und ich denke, das ist dann wirklich schon ein lohnenswertes Reiseziel, da mal hinzufahren. Und sich vorzustellen, okay, das, was ich hier vor mir sehe, das steht hier teilweise, okay, war vergraben, aber das ist hier seit 12.000 Jahren. Auch das ist ja einfach so ein Gedanke. Also ich kann das überhaupt nicht fassen. Irgendwie 12.000 Jahre, das ist so irgendwie abstrus wirkend. Aber was halt dabei wirklich heftig ist, ist, was für einen Sprung die Menschheit seit damals bis heute gemacht hat. Das ist innerhalb der Menschheitsgeschichte gerade ein Augenaufschlag. Aber die Entwicklung ist einfach unfassbar. Ja. Ja, und es macht schnapp. Dann hast du Gebäckli Tebri, dann macht es nochmal schnapp. Ja, und dann gibt es Smart zum McDonald's. Also in anderen Worten, wir sind nicht weitergekommen. Wir haben einiges erreicht. Und danach vieles verloren. So sieht das aus. Gut. Ja, wenn es euch so gut gefallen hat wie mir, dann würden wir uns natürlich immer freuen, wenn ihr in irgendeiner Form uns Feedback da lasst. Das könnt ihr auf verschiedenen Podcast-Plattformen machen, wie zum Beispiel bei Apple Podcasts, wo man direkt dann auch einen Kommentar hinterlassen kann und auch Sterne. Oder ihr könnt es natürlich auch gerne schreiben, gerne per E-Mail. Wir nehmen auch gerne Themenvorschläge an. Das natürlich immer gerne persönlich. Dementsprechend an jan.atwissensreisende.de oder an chris.atwissensreisende.de denn sonst haben wir den Vorschlag ja beide und dann ist der ganze Spaß weg. Aber eins weiß ich ganz genau, dass es nämlich nur eine Woche dauert, bis wir eine neue Geschichte hier am Tisch haben werden. Ja, dann darf ich wieder zuhören und mich überraschen lassen, was du so mitbringst. Richtig, und das dürft ihr da draußen auch. Und bis dahin verbleiben wir mit unserem Freundlichen. Tschüss!